Hallo und willkommen zurück zu einer neuen und vielleicht sogar der vorletzten oder letzten Ausgabe von This War of Mine. Wir befinden uns gerade im Supermarkt und da machen wir jetzt auch direkt weiter, denn hier ist Jan gerade dabei herauszufinden, ob sich noch ein weiterer Bösewicht versteckt, der vielleicht versucht Frauen zu bestechen und ihnen Böses anzutun. Gegen Bezahlung. Achso, die Tür war offen zum Lager, okay. Achso, das ist so ein Container, jetzt verstehe ich das, okay. Ach, da kann man sogar wirklich drauf klettern, okay. Kann man hierüber dann auch fliehen? Tatsächlich, okay. Ja gut, aber jetzt schauen wir erstmal zurück, denn ich glaube schon, dass hier noch jemand ist. Da oben kann man auch aufs Dach. Kann natürlich sein, dass da einer oben draufsteht, um Wache zu halten, ne? War der Typ eigentlich ein Militär, also ein Soldat oder war das ein Rebell? Es sah aus wie ein Soldat, fand ich. Okay, wir klettern einmal nach oben. Aber es sind jetzt auch keine Bewegungsmuster erkennbar und auf die Schüsse hätte ja eigentlich ein anderer reagieren müssen, ne? Ich denke, dass das tatsächlich hier alles war. Ja, sieht so aus. Gut, wir haben noch einen Keller. Achso, ich dachte, die andere Tür wäre, okay, was weiß ich. Wir schauen nochmal ganz kurz in den Keller. Wo haben sollte da eine Nische sein? Oder hätte ich mich an den Typen auch vorbeischleichen können? Schaufel hätte ich doch mitnehmen können. Schade. Okay. Ah, da ist ein Bett. Vielleicht gibt es eine Routine, wo der Typ sich irgendwann ins Schlaf gelegt hätte. Nun gut, ich denke, der Supermarkt ist also auch eine bösewichtbefreite Zone und dementsprechend lasse ich Janitz nach Hause rennen. Ich denke, wir haben auch fette Beute gemacht, nochmal eine Swordweifel gefunden. Also krasser geht es ja fast gar nicht. Von daher erstmal alles gut. Loading. Ja, 38. Tag. Immer noch eine Crime Wave. Wir wurden wieder geradet. Nichts passiert aber soweit. Sie Munition nur verbraucht. Alex ist zufrieden. Ist das nicht schön? Und Jan ist einfach nur very tired. Kann ja auch mal passieren. Lassen wir Alex wieder so viel kochen, wie es geht. Okay. Das war irgendwie gerade kurz ausgeblurrt, sozusagen. Äh, Jan, lassen wir mal kurz runtergehen. Wir müssen mal schauen, ob wir nochmal Regenfilter herstellen können, überhaupt, ob das geht. Ja, wir haben noch genug. Ach ja, wunderbar. Dann machen wir das doch auch. Ist ein bisschen kalt vielleicht. Wir lassen Philipp nochmal ein bisschen nachheizen. Ich glaube, wir haben ja noch Brennholz, oder? Ach, beim Kochen machen wir das wahrscheinlich gerade verbraucht. Jan has courage. Ach, Alex, the girl should be grateful to Jan. Oh ja. Alex ist so zufrieden, weil, äh, weil, äh, Jan so ein cooler Typ ist. Ist ja doch ziemlich realistisch, das Spiel. Ja gut, äh, Phil, ähm, produziert hier weiter oder macht hier weiter alles warm. Alex soll einmal essen. Phil darf auch nach oben sich auch noch was reinziehen. Boris freut sich über sein Buch. Ist ja schön, dass alle so zufrieden sind. Und Franco ist sogar nochmal da. Ja toll, dann können wir nochmal das Gewehr andrehen und zum Abschluss uns nochmal eindecken, Dick, mit ganz tollen Sachen. So. Alex legt sich mal pennen. Boris geht nochmal was essen. Ähm, Jan macht vielleicht nochmal ein bisschen Brennholz. Dann soll Boris sich auch mal wieder zur Gitarre setzen. Phil holt sich noch was zu essen und kann dann nochmal mit Franco handeln. Und dann sind wir so gut wie durch, würde ich sagen. Wo wolltest du denn da hin, Phil? So. Auf geht's. Ja, Franco, ich weiß. Ich werde dir trotzdem nicht mehr geben. Also, wir können einen Diamanten anbieten. Wir können die beiden Getränke anbieten. Und was kriegen wir für? Ich will auf jeden Fall Bannages haben. Okay, die haben wir. Zigaretten hätte ich auch gern. Was ist das? Zigarette, oder? Keine fertige. Oh doch, okay. Dann nehmen wir die doch. Nehmen wir alle. Ich nehme alle. So, äh, was können wir ihm nur noch so andrehen. Eine Schaufel. Die scheint ihn nicht zu überzeugen. Äh, eine Assault Rifle. Oh, die Schaufel hat so viel ausgemacht. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, kommt. Nehmen sie mit. Fine, we can have a deal. Da passen sogar noch Weapon-Parts rein. Äh, Normal-Parts. So, dann machen wir das doch. Da fühle ich mich auch schon viel Wohler. Habe ich wieder eine Bandage dabei. Ja, Franco, ich hoffe... Ach, Franco, mach's gut. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, als wir dich je gesehen haben. Danke für all deine Hilfe. Es war hilfreich. So, hören wir noch mal ins Radio rein. Nix Neues. Auch nix Neues. Und auch nix Neues. Dann lassen wir doch jetzt mal wieder Musik laufen. Klassische Musik. Ja, macht einen Filter. Jan geht auch noch mal nach oben und, äh, kann ich jetzt noch was kochen? Ich glaube, Wasser hatte ich ja. Ich glaube, es lag jetzt da gerade noch am Brennholz, oder? Nein, es lag am Wasser. Na gut, dann soll Jan sich noch mal Dosenfutter reinziehen und darf sich dann auch endlich schlafen legen. Ich so. Und damit bänden wir diese Nacht, äh, diesen Tag und begeben uns in unsere, ich glaube, vorletzte Nacht. Ja, ähm, Supermarkt. Ja, Danger ist weg. Das heißt, der ist, da war wirklich nur dieser eine Typ. Das Hotel lässt mich nicht los. Warum steht da immer noch Caution Advice? Ich verstehe es nicht. Und ja, wo bleiben denn jetzt noch überhaupt Bösewichte über? Übrig. Ich könnte dem Military Outpost natürlich versuchen zu stürmen. Oh, sie ist, äh, semi-detached house. Okay, da gehen wir doch vielleicht noch mal rein. Ins, oh, oder ins Bordell. Da haben wir natürlich auch noch ein paar Verbrecher. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ich habe jetzt noch zwei Nächte. Dann gehen wir jetzt erst noch mal in dieses Haus. Und zwar macht Jan das jetzt auch wieder. Und Philipp hält Wache. Und Alex, weil er so zufrieden ist, soll lieber schlafen. Fühlt er sich gleich noch viel wohler. So, wir rüsten Jan wieder volle Kanne aus hier. Mit ordentlich Munition. Ein Messer natürlich auch. Äh, Lockpick, Schaufel und Säge. Dann schauen wir doch mal, was die Nacht so für uns bereithält. Die Zerstörung ist unvorstellbar. Ein Wunder, dass überhaupt noch ein Teil davon steht, sagt Jan. Hm. Kann Jan hier hochklettern? Er kann. Ach so, das ist sowieso die Einzige Möglichkeit, da reinzukommen. Das da sieht wieder aus wie... Okay, da oben ist jemand oder da gegenüber. Schauen wir mal durch die Tür. Das ist eine Ratte. Ist das da oben ein Mensch oder ist das hier unten ein Mensch? Ach, die sind wahrscheinlich da drüben. Ach so. Okay, die sind da drüben. Okay. Jan hier erstmal voll am Parcouren. Auch wieder sehr realistisch das Spiel an der Stelle. So, ich sammle mal was ein. Das heißt, wenn ich gleich irgendwie abhauen muss, habe ich zumindest schon mal ein bisschen was. Okay, ja, das reicht mir schon. Ich klettern wir einmal hier runter. Hannah, Thomas und ich sind mit Uncle Radu. Wir beraten Mama in der Yard. Take care, Daddy. Petra. Oh Gott. Das scheint ein Kind gewesen zu sein. This door is boarded up. Okay, muss ich es doch von der anderen Seite aufmachen. Mache ich das doch auch sehr gerne. Jetzt ist die Frage, greifen die Typen mich da unten sofort an? Das hier sieht so willkommen heißend aus. So. Je mehr hier freigelegt ist, desto wohler fühle ich mich, desto eher habe ich einen Fluchtweg. Ja, ist hier oben wann alles Ratten. Traue ich mich jetzt dahin oder nicht? Ach, kann ich hier geradeaus gar nicht durchgehen? Ach, der handelt mir. Hey, I've got something you like. Okay. Schaue ich mir noch mal an. Der hat Bandagen. Cool. Aber ich habe nichts zum Handeln. Hm. Ja gut, äh, warum ist dieser Danger? Also es ist ja eigentlich scheinbar, dass er eine Familie zu sein, die Ruhe haben will, oder? Hm. Ich kann mich trotzdem hier unten durchschleichen und mal gucken, was ich da oben machen kann, ne? Vielleicht bin ich auch nur hier, um blutwunstig zu sein. Ich weiß nicht. Ich geh mal da rein, guck nach, was die Leute sagen. Wenn sie bütend sind, dann muss ich sie töten. Aber sie werden nicht, genau das gleiche mache ich ja auch jede Nacht. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Schönes, hier kann ich jetzt auf jeden Fall mich erstmal wieder eindicken mit irgendwas. Wahnsinn, Assault Rifle mitten da unten drin. Okay. Okay. Ich leg die Parts alle ab. Boah, ich hab eh nicht mehr. So. Hier kann ich mich durch, äh, schlagen. Dann gehen wir noch mal ab nach oben. Typ ist gerade da lang gegangen. Das heißt, ich kann jetzt gerade tatsächlich hier rein. Da oben scheinen Medikamente zu sein. Oh, da kommt jemand. Schnell verstecken. Jetzt sieht er vielleicht die offene Tür und das ist meine Chance. Komm, komm, komm. Geh hier rein. Nee, das gibt's noch nicht. Gott, da leben drei Leute. Wundert er sich nicht, dass die Tür wieder aufgegangen ist? Jetzt macht er die wieder zu und geht wieder weg. Meine Güte. Und sagt direkt, ich brauche wohl ein paar Tabletten, hm? Und geht wieder nach oben. When you get some fresh air, wo holt er sich die wohl her? Geht er jetzt hier wieder runter oder geht er jetzt hier links raus zum Balkon? Nein, er kommt nach unten. Und auch er ist vollkommen erschüttert über die offenstehende Tür und macht sie wild entschlossen zu. Kann jetzt nicht wahr sein. Das ist absurd. Jetzt kommt der Nächste und lass mich raten, er geht nach unten, wird die Tür erblicken und sie sagen, was ist denn hier los? Nein, er ist nach oben gegangen. Es geschehen noch Zeichenwunder. Ja, irgendwie ist die Nacht jetzt auch fast vorbei. Tut mir leid, also ich könnte die Typen jetzt angreifen, aber die scheinen auch irgendwie einfach eine Familie zu sein. Was soll ich da jetzt auch großartig machen? Ich renne zum Ausgang und lasse diese Nacht eine Nacht sein und fertig. Hö? Hat der Typ mich da verfolgt? Der Typ hat mich verfolgt, oder? Heftig. Wo kam der jetzt auf einmal her? Das hat mich jetzt gerade wieder schockiert. Schade, da wäre ich nochmal stehen geblieben. Habe ich den echt gerne nochmal abgepasst. Ja, wie wir sehen, scheint die Kriminalitätswelle abgenommen zu haben. Und auch Jan fühlt sich wie der Weihnachtsmann. Ja gut. Ja, nochmal verteidigt. Jan hat eine Sword Rife dabei. Da kann er auch mal stolz auf sich sein. Vollkommen zu Recht. Darf zur Belohnung auch direkt mal was kochen. Wahnsinn. Achso, weil der Regenfilter nicht fertig gebaut wurde, oder was? Oh, ich fasse es nicht. Wie ärgerlich. Sonst hätte ich jetzt mehr Wasser gehabt. Ah. Steeling, ich habe mich gestohlen. Das lasse ich mir nicht bieten. So. Jan darf sich hinlegen. Boris holt sich was zu essen. Und auch Alex holt sich was zu essen. Und ja. Finn holt hier nochmal was aus der Anlage raus. Wir haben 21 Grad. Angenehme Temperatur. Alles perfekt. Boris ist traurig. Da will ich wieder Gitarre spielen gehen. Finn macht nochmal hier eine Falle klar. Legt sich schlafen. Nee, Finn geht noch was essen. Und Alex geht ans Radio. So. Mal gucken, ob es noch eine neue Nachricht gibt. Aber anscheinend anscheinend doch. Also wir haben Civic Self-Defense Guard Petrols. Die haben dafür gesorgt, dass die Welle abgenommen hat. Gut. Ich würde sagen, jetzt wo alle halbwegs versorgt sind und Phillip sich noch ins Bett begibt, dürften wir diesen Tag beschließen. Und dann beschließen wir auch diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der letzten Folge von This War of Mine bei Remastered. Bis dahin. Alles Gute. Bis dahin.